Jesus, du kennst mein Herz, Herr, und du weißt, wie es da aussieht. Kennst das Herz eines jeden von uns, Herr, und weißt, wie wir es meinen. Herr, wir bitten dich, dass du uns jetzt begegnest, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen reinigst durch dein Wort. Gott, danke, Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld, und deswegen darf ich froh und frei sein, darf hier sein, in deiner Gegenwart, in deiner Gemeinschaft. Danke, dass du vergibst, dass du so gerne vergibst, Herr, und dass durch dein Blut wir Vergebung haben. In Ewigkeit, von jeder Sünde, Herr, dass du uns reinigst und dass du uns annimmst, Herr. Dass du Ja zu uns sagst. Und wir preisen dich und danken dir für das Wort, was wir lesen dürfen heute, Herr. Deine Zusage an uns und deine Ermutigung, ja, auch in selber Weise, wie du Ja zu uns sagst, auch Ja zu dir zu sagen, Herr. Du bist gut, Herr, und dafür preisen wir dich, dass wir dich kennen dürfen und dich noch mehr kennenlernen dürfen. Segne jetzt dein Wort für uns und öffne unsere Herzen für dein Wort, Herr. Schenk dir uns Aufmerksamkeit und, ja, dass wir das, was du uns zu sagen hast, auch wirklich verstehen und mitnehmen können, Herr. Ja, wir sind im Hohen Lied, im Lied der Lieder von Salomo und in Kapitel 2 am Ende. Und wie gesagt, es sind lyrische Texte, es sind Gedichte, Lieder. Das ist nicht unbedingt so eine logische Abhandlung. Und das liebe ich auch an Gott, dass er jetzt hier nicht so ein Lehrbuch über Liebe geschrieben hat. Also das Wort Liebe ist folgendermaßen definiert. Sondern dass, ja, in seinem Wort genau das auch zum Tragen kommt, dass Liebe etwas ist, was unseren ganzen Menschen betrifft. Leib, Seele und Geist. Und dass es etwas Kreatives ist, etwas Lebendiges. Und, ja, letztes Mal haben wir dieses wunderbare Lied des Geliebten gelesen. Und in dem Zusammenhang ist es ja sie, die davon erzählt, von dem, was ihr Geliebter zu ihr spricht. Und wisst ihr, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Das Wirken des Heiligen Geistes in mir ist, dass er mich erinnert an alle Worte. Und es ist auch gut und wichtig, dass wir uns selbst immer wieder erinnern. Der Heilige Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Dein lebendig gemachter Geist sagt dir, erinnere dich doch daran, was Gott gesagt hat. Erinnere dich doch an die Worte der Liebe. Erinnere dich doch an die Worte der Kraft. Erinnere dich doch an die Worte, die dich zum Leben gebracht haben. Das ist das, was uns am Anfang der Bibel gesagt wird, ist, dass Gott sprach und es wurde. Und das ist das, was Gott im Neuen Testament sagt. Er sagt, ihr seid lebendig gemacht durch das Wort. Das Wort hat etwas Neues in euch geschaffen. So wie am Anfang Gott sprach, es werde Licht, so ist auch in unser Herz Licht gemacht worden. Er hat gesagt, du sollst nicht mehr im Dunkeln bleiben. Du sollst sehen können, du sollst Licht haben in dir, dass du weißt, dass ich da bin. Dass du weißt, dass ich dich liebe. Dass du weißt, dass es einen Schöpfer gibt, der noch mehr ist als nur dein Schöpfer, sondern dein Vater. Der, der dich liebt. Ja, und für die, die schon etwas älter geworden sind, die schon das so ins Erwachsenenalter eingeladen sind. Dein Geliebter. Dein Freund. Niemand, der dir näher sein kann. Gott hat Licht gemacht in unseren Herzen. Und davon singt sie hier. In mir ist ein Licht aufgegangen. Ich erinnere mich an die Worte meines Geliebten. Er ist gelaufen über die Berge, um bei mir zu sein, um diese Worte zu mir zu sprechen. Und wisst ihr, es ist dieses wunderbare Gefühl, dieses wunderbare Wissen. Da ist jemand, der mich liebt, der alles auf den Kopf gestellt hat, um mir nahe zu sein. Der keine Mühen gescheut hat. Ja, der, und das ist es ja, in Jesus sehen wir es, am Kreuz sehen wir es. Er hat sogar sein Leben für mich gegeben. Er hat sich ganz hingegeben, um mir nahe zu sein, um diese enge, persönliche Beziehung mit mir zu haben, um mir dieses Wort zuzusprechen. Mach dich auf und komm mit mir. Es hat ihn alles gekostet. Uns Sünder in unserer Finsternis. Uns zu begegnen und uns herauszuholen, herauszuziehen. Und dieses wunderbare Gefühl, da ist jemand, der will mich. Er sagt ja zu mir. Ohne Vorbehalte. In seinen Augen bin ich schön. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Das begeistert sie. Und deswegen erinnert sie sich daran. Sie singt dieses Lied. Guck mal, mein Geliebter, der ist diesen Weg gelaufen. Und dann hat er dieses Lied, dieses Frühlingslied gesungen. Es ist eine neue Zeit da. Die Zeit des Singens ist da. Du darfst jetzt singen. Du musst nicht mehr weinen. Du musst nicht mehr klagen in deiner Einsamkeit. Dass du nicht geliebt bist. Dass keiner auf dich achtet. Dass du verloren bist. Dass es keinen Ausweg mehr gibt. Du musst dieses Lied, du musst dieses Klagelied nicht mehr singen. Nein, die Zeit des Singens ist gekommen, wo du loben und preisen kannst. Wo du, ja, den anbeten kannst, der dich so sehr liebt. Wo du dich freuen kannst. Und er möchte die Stimme hören. Er sagt, lass deine Stimme hören. Lass deine Stimme hören. Weißt du, selbst wenn du denkst, ich kann doch gar nicht singen. Wenn ich singe, dann ist das immer so Kraut und Rüben. Weißt du was? Gott sagt, das ist mir völlig wurscht. Das ist mir Wumpe. Lass deine Stimme hören. Sie ist lieblich. Die Stimme des Erlösten. Die Stimme, dessen der sehend geworden ist und erkannt hat, wie sehr er geliebt ist. Lass deine Stimme hören. Ich will das hören, sagt Gott. Es geht hier jetzt weiter in Kapitel 2 mit einem Vers, der irgendwie so reingestreut ist. Wie gesagt, diese Bilder von der Natur und auch von den Weinbergen. Sind hier überall gegenwärtig in diesem Buch. Die aufblühende Natur. All das sind Bilder von neuem Leben und von Schönheit. Und von der Schönheit, der Schöpfung, die das widerspiegelt. Die Liebe. Wir dürfen das nicht vergessen. Wenn du durch den Frühling gehst und du freust dich an den Vögeln, die singen. Du freust dich an der Sonne, die scheint. Du freust dich an den Blumen. Vergiss nicht, dass dahinter ein liebender Schöpfer steht, der all das geschaffen hat, um seine Liebe auszudrücken. Und freu dich daran und lobe ihn darüber. Danke ihm, vergiss nicht zu danken, wenn du so durch den Frühling gehst, durch das neue Leben. Und jetzt steht hier, wie gesagt, in Vers 15, steigen wir ein, steht dieser merkwürdige Vers. Das fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Das sind alles so Andeutungen und es ist manchmal gar nicht so einfach, das richtig zu deuten. Und ich will auch nicht bis ins tiefste kleine Detail hineingehen, denn da kann man sich auch schnell verrennen drin. Aber wir wollen, ich glaube schon, dass man da etwas draus ziehen kann, was uns was zu sagen hat heute Morgen. Unsere Weinberge stehen in Blüte. Es ist die Zeit des Blühens. Und die Weinberge sind so wichtig für die Israeliten. Sie bauen den Wein an und der Wein soll nachher aus den Trauben gewonnen werden. Dafür müssen aber die Blüten blühen, bestäubt werden und dann soll die Frucht wachsen. Also hier ist von Frucht die Rede, die entsteht. Und zwar am Anfang, es steht am Anfang, am Anfang steht die Blüte. Aber es gibt eine Gefahr für diese blühenden Weinberge. Das sind die Füchse, die die Knospen, die Blüten abfressen, die sich in diesen Weinbergen tummeln. Und hier wird sozusagen dieses Bild genommen, die Liebe, die entsteht, die Liebe, die dazu gemacht ist, dass sie Frucht bringt. Frucht hervorbringt, die am Blühen ist. Sie soll nicht zerstört werden. Und da gibt es etwas, was diese Liebe zerstören kann. Und das bezieht sich auf beides. Auf einmal hier ganz wortwörtlich auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und dann aber auch auf unsere Beziehung zu unserem Herrn. Wenn wir auf die Beziehung zu unserem Herrn gehen, dann ist es, wisst ihr, dann will seine Liebe in uns Frucht bringen. Und das ist die Frucht des Geistes. Ein veränderter, ein neuer Charakter. Und in Galater 5 beschreibt uns Paulus die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes. Er stellt das gegenüber. Er sagt auch, dass Fleisch und Geist in einem Kampf gegeneinander stehen. Und dieses Wort macht uns vielleicht deutlich, ja, diese Werke des Fleisches, sie sind nicht nur sozusagen der Gegenpol von dem, was die Frucht des Geistes ist, sondern sie sind tatsächlich kleine Füchse, die diese Knospen anknabbern. Das heißt, dass es wirklich so ein Kampf ist. Das Fleisch und das, was daraus erwächst, es nagt an dem Neuen, was Gott in uns gepflanzt hat. An dem Neuen, was blühen will. Seine Liebe, wie sie sich ausbreiten und wie sie sich verwirklichen will in unserem Leben. Es wird angeknabbert durch diese Werke des Fleisches. Und teilweise sind es die kleinen Dinge. Wisst ihr, die großen Dinge. Wir sind von Neuem geboren. Gott hat uns ein neues Leben gegeben. Das Alte ist vergangen, siehe alles, es ist neu geworden. Ja, wir sind vielleicht in großer, wir haben in großer Sünde gelebt. Und Gott hat uns davon befreit. Aber dann gibt es noch die kleinen Füchse, die irgendwo durch den Zaun durchschlüpfen und sich herumtreiben. Und lasst uns das mal aufschlagen in Kolosser 3. Ich empfinde, dass Gott hier in seinem Wort diesen Unterschied macht. Kolosser 3. Da sagt Paulus, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, wenn er wiederkommt, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Sünde des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Es spricht davon, dass wir denen gleich gewesen sind, die hier als Söhne des Ungehorsams genannt werden. Wir haben in diesen Dingen gelebt. In Unzucht, in Unreinheit, in Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, Götzendienst und so weiter. Die Liste lässt sich ja noch fortführen. Wir haben in diesen Dingen gelebt. Und das heißt, wir sind getrennt gewesen von Gott. Und er sagt hier zwar aktiv, tötet eure Glieder, aber das ist im Grunde schon geschehen. Paulus sagt, wenn du zum Glauben an Christus gekommen bist, wenn du ihn als Herrn angenommen hast, dann hast du genau das getan. Du hast das Todesurteil über dein altes Wesen gesprochen, über dein altes sündiges Wesen. Denn Christus ist für unsere Sünden gestorben. Und wenn du ihn annimmst als deinen Herrn, wenn du das Evangelium annimmst, dann sprichst du dir selbst das Urteil. Du sagst ja. Ich habe den Tod verdient. Ich habe das Urteil verdient, die Verdammnis. So wie ich bin, in meinem sündigen Zustand kann ich keine Gemeinschaft mit Gott haben. Aber Lob und Dank meinem Herrn Jesus Christus, der für mich gestorben ist, der meine Sünde auf sich genommen hat und der es mir ermöglicht hat, Leben zu haben, Gnade zu erfahren, Vergebung zu erfahren, neues Leben, innige, tiefe, persönliche Gemeinschaft mit Gott, trotz meines sündigen Wesens. Aber in diesem Annehmen töte ich das. Ich sage, das hat kein Recht mehr über mich. Es gibt, ich habe jetzt einen neuen Herrn. Dieser Herr ist die Liebe in Person. Und er bestimmt jetzt mein Leben. Ich lebe nicht mehr in diesen alten Dingen. Das ist Bekehrung, Umkehr. Ich lebe nicht mehr in diesen alten Dingen. Darin habe ich gelebt. Paulus sagt, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Ihr habt darin gelebt. Ihr lebt nicht mehr da drin. Es ist nicht mehr euer Lebenswandel. Das heißt nicht, dass wir nicht auch versucht werden. Das heißt nicht, dass wir auch fallen in diesen Dingen. Aber wir leben darin nicht mehr. Wenn wir gefallen sind, kehren wir um. Wir töten das. Wir lassen es nicht zu, dass es auflebt. Dass es weiter lebt. Dieses alte, sündige Wesen. Und das ist, wenn es hier um die Füchse fangen geht, dann ist es, die Füchse sind reingekommen in den Weinberg und richten Schaden an. Die müssen jetzt gefangen werden. Das eine ist das Einfangen dieser Füchse. Dass sie aufhören, rumzustreunern. Das andere ist, sie rauszuschmeißen aus dem Garten, beziehungsweise sie zu töten. Und dann die Zäune so dicht zu machen, dass sie nicht wieder reinkommen können. Also tötet diese Dinge. Aber es gibt auch die ganz kleinen Füchse, die es irgendwie schaffen, durch so kleine Löcher durchzukommen. Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Also ihr lebt schon nicht mehr da drin, aber legt auch diese scheinbar so kleinen Dinge an, die genauso schädlich und schlimm sind. Verderbenbringend. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Paulus sagt, wenn ihr so von neuem geboren seid, wenn ihr jetzt Kinder Gottes seid, wenn ihr nicht mehr in diesen alten Sünden lebt, dann legt auch diese Dinge ab, die scheinbar so klein sind, so unbedeutend, die aber genau so zerstörerisch sind, die den Weinberg kaputt machen, die uns daran hindern, die Frucht zu bringen, die wir bringen sollen. Legt es ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliche Reden aus eurem Mund. Und wir sind dann manchmal so, dass wir uns selbst entschuldigen oder dass wir selbst uns sozusagen rausreden und sagen, naja, ich mache ja nichts Schlimmes mehr. Ich ruhe ja nicht mehr rum. Ich mache ja sonst auch nichts Schlimmes mehr. Wir wägen das dann immer so ab. Das sind wirklich richtig große Sünder. Ich begehe ja keinen Mord. Ich stehe ja auch nicht mehr. Aber du lässt das immer noch. Und das ist zerstörerisch. Das ist vielleicht nur ein kleiner Fuchs. Aber deswegen ist er nicht weniger zerstörerisch. Deswegen ist es nicht weniger schlimm und hindert dich daran, Frucht zu bringen. Legt es ab, sagt Paulus. Kümmer dich drum. Lass uns diese Füchse fangen. Die sollen kein Unheil anrichten. Die Lästerung, das schlechte Gerede, die üble Nachrede. Wir kommen hier noch mal zu anderen Versen, die uns diese Auswahl der kleinen Füchse noch mehr vor Augen führt. Wir gehen mal hier in Epheser 4 rein. Das ist ein bisschen davor. Und ab Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Wisst ihr, das ist so zerstörerisch für eine Ehe, für eine Partnerschaft, für eine Beziehung, für Freundschaft und für die Gemeinde Gottes, wenn wir uns gegenseitig anlügen. Wenn wir nicht die Wahrheit reden. Und es sind manchmal so kleine Dinge. Es ist nur eine kleine Notlüge. Die Notlüge, die ich sage, weil ich nicht in eine Not geraten will, weil ich nicht in Probleme reingeraten will, weil ich den Zorn des anderen fürchte. Diese kleinen Lügen. Legt das ab. Redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Keine Angst vor der Wahrheit, Geschwister. Wir brauchen keine Angst vor der Wahrheit. Warum? Weil unser Herr Jesus Christus ist die Wahrheit. Der Herr, der sich für dich hingegeben hat, er selbst ist die Wahrheit. Du brauchst keine Angst vor der Wahrheit. Die Wahrheit wird dich nicht töten. Ja, sie wird dein Fleisch töten. Aber sie wird dich retten. Die Wahrheit macht dich frei. Glaubst du das? Dann vertraue der Wahrheit. Dann vertraue, dann habe Zutrauen dazu, die Wahrheit zu reden. Leg die Lüge ab. Redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Auch diese Klarheit zu gewinnen. Mann, wir als Geschwister untereinander. Wir sind nicht nur eine Familie, wir sind ein Leib. Und wenn wir uns gegenseitig misstrauen und uns anlügen, dann schädigen wir den eigenen Leib. Wir schädigen uns selber. Es geht weiter in Vers 26. Zürnet und sündigt dabei nicht. Zitieren Leute sehr gerne, die zornig werden. Die sagen, ja, man kann ja auch zornig werden, ohne zu sündigen. Ich sage dann immer, schau mal, was Jakobus dazu sagt. Sei langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn eines Mannes bewirkt nichts Gutes. Also da sollte ich nüchtern sein, dass ich so heilig und gerecht bin, dass mein Zorn auch heilig und gerecht ist. Da sollte ich ein gesundes Misstrauen mir selbst gegenüber haben. Und selbst da, wo ich gerechten Zorn empfinde, sagt Gott hier durch diesen Vers, hüte dich. Pass auf. Pass auf. Das geht ganz schnell, dass du, dass du die Grenze überschreitest und selbstgerecht wirst. Und in Selbstgerechtigkeit versündigen wir uns in unserem Zorn. Deswegen sagt er, zündet und sündigt dabei nicht. Pass auf, wenn Zorn in deinem Herzen aufkommt. Und er sagt noch mehr, er sagt, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn du Zorn empfindest, wenn du zornig bist, dann komm zum Herrn mit deinem Zorn und leg diesen Zorn ab. Wisst ihr, es gibt ja Zorn, der gerechtfertigt ist. Wo wir zornig sind auf jemanden, der uns schlecht behandelt hat. Oder wir sind zornig vielleicht auf Menschen, die Unrecht tun. Wir sehen das Unrecht, das betrifft uns gar nicht persönlich, aber wir sind davon so erfüllt, dass wir denken, das kann doch nicht wahr sein. Solche schlimmen Dinge können doch Menschen nicht einfach so machen. Und dann wächst der Zorn. Und wir verfluchen Menschen. Was meint Paulus, der Zorn, dass die Sonne nicht untergehe über eurem Zorn? Der Zorn soll getilgt werden. Wie kann mein Zorn denn getilgt werden? Wie kann ich meinen Zorn denn loswerden? Es gibt einmal die Sache, dass ich zu Gott damit gehe, mit meinem Zorn. Im Gebet, wie David das oft getan hat. Lies die Psalmen, die helfen dir vielleicht dabei, mit deinem Zorn zu Gott zu kommen. Und was macht David im Gebet normalerweise? Er erinnert sich daran, dass Gott der Richter ist, dass er gerecht richtet zu seiner Zeit. Und das, was uns auch das Neue Testament sagt, ist, geh zu dem Richter, der gerecht richtet und überlass es ihm. Gib ihm die Ehre und sage, du bist der Richter, Herr. Du wirst gerecht richten. Ich überlasse es. Ich vertraue dir, dass du das richtig machen wirst zu deiner Zeit. Der Zorn hat immer die Versuchung oder beinhaltet immer die Versuchung, dass ich mich selbst zum Richter mache. Aber ich bin nicht der Richter. Gott ist der Richter. Und er möchte mich davon befreien, dass ich mich versündige darin, dass ich mich selbst zum Richter mache, weil ich ein ungerechter Richter bin. Deswegen lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Geh noch an demselben Tag, wo der Zorn dich erfüllt, wo der Zorn dich erfasst. Geh zu Gott damit und lass dich davon reinigen, damit du nicht hineinrutscht, verführt wirst, versucht wirst dazu, dich selbst zum Richter aufzuspielen. Dadurch wird gute Frucht Gottes in deinem Leben kaputt gemacht. Es ist nichts Kleines, Geschwister. Es ist nichts Kleines. Es ist sehr verderblich und sehr zerstörerisch, wenn wir dem Zorn in unserem Herzen Raum geben, in unserem Leben Raum geben. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wisst ihr, das tun wir. Wenn wir dem Zorn Raum geben, dann geben wir dem Teufel Raum am Ende. Und der lacht sich ins Fäustchen. Vers 28. Wer stiehlt, stiehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Wisst ihr, diese Nehmerqualitäten sollen umgewandelt werden in Geberqualitäten. Letztes Mal habe ich von Zachäus gesprochen, ein super Beispiel dafür. Ein Mann mit guten Nehmerqualitäten wird durch die Begegnung mit Jesus zu einem Menschen mit guten Geberqualitäten. Geben ist seliger als Nehmen, hat Zachäus gesagt. Ne, hat Zachäus nicht gesagt, hat Jesus gesagt. Hat Paulus gesagt, dass Jesus das gesagt hat. Aber man könnte, man kann es in Zachäus' Leben sehen, oder? Geben ist seliger als Nehmen. Und das kannst du überprüfen in deinem Leben. Wo laufen diese Füchse rum, wo du gerne nimmst. Wo du gerne was einsagst. Wo du gerne was mitnimmst. Und weniger gerne gibst. Lass diesen Fuchs nicht weiter rumlaufen, sondern sammle ihn ein. Und schmeiß ihn raus. Vers 29. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Prüfe die Worte, die du sprichst. Sind das gute Worte? Sind das Worte, die auferbauen? Wisst ihr, wir reden oft aus diesem Bedürfnis, uns mitzuteilen. Und wir sagen es gerade heraus, wir sollen ja auch die Wahrheit sagen. Ich sage nur die Wahrheit, was ich empfinde. Das heißt aber nicht, dass das, was du empfindest, gut ist und auferbauend. Jesus hat gesagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Also es kommt aus deinem Mund raus. Wenn aber aus deinem Mund so viel Mist rauskommt, dann scheint dein Herz auch ziemlich voll mit Mist zu sein. Kein faules Wort komme. Wenn du redest, dann soll dein Reden zur Auferbauung deines Nächsten, zur Auferbauung der Gemeinde dienen. Wisst ihr, in 1. Korinther 12 ist ganz viel die Rede von den Gaben des Heiligen Geistes und es sind vor allen Dingen Gaben der Rede. Ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis. Und diese Worte, die haben Kraft, so wie Gottes Wort am Anfang die Kraft hatte, die Welt zu erschaffen, so haben auch die Worte von uns Menschen Kraft, aufzubauen oder zu zerstören. Und Jesus sagt, was richtig krass ist, dass der Mensch von jedem Wort, was er gesprochen hat, gerichtet wird. Jedes einzelne Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Da kannst du nicht sagen, naja, das habe ich mal gesagt und ich habe es ja auch nicht so gemeint und so. Nein. Gott sieht das nicht so locker. Wir müssen wahrscheinlich mehr schweigen, oder? Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Gnade soll es vermitteln. Unsere Worte sollen Gnade vermitteln. Das dient dazu, dass sich die Frucht entfalten kann. Wisst ihr, auch in unserer Liebesbeziehung, in unseren Beziehungen zueinander, als Freunde, als Geschwister, aber auch ganz besonders in der Ehe. Man kann mit Worten so viel zerstören in der Ehe. Du machst alles richtig. Du bist für deinen Ehepartner da, du dienst ihm, du bist ihm treu, aber mit deinen Worten machst du alles kaputt. Du zerstörst, du erniedrigst deinen Ehepartner. Das soll so nicht sein. Nein, Gott hat dir den Mund gegeben und die Fähigkeit zu sprechen, um deinen Ehepartner aufzuerbauen, um ihm Gnade zu vermitteln. Dafür hat Gott dir deinen Mund gegeben und Worte gegeben. Wisst ihr, und das ist das, was er tut. Er spricht zu uns Worte der Gnade, der Liebe, der Auferbauung, des Segens. Er schenkt uns Heil durch sein Wort. Er heilt uns durch sein Wort. Und er möchte durch den Heiligen Geist uns befähigen, dass wir einander auch diesen Segen schenken durch das Wort. Dass wir einander Gnade vermitteln, Heil, Segen, Auferbauung. Lass uns diese Füchse fangen, Geschwister. Lass uns diese Füchse einfangen, die in unserem Leben so rumstreunern, die in unseren Beziehungen rumstreunern. Vers 30 Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösungen. Das Wort richtet sich hier an Geschwister, an Menschen, die vom Neuen geboren sind, die Kinder Gottes sind. Sie haben den Heiligen Geist empfangen. Du hast den Heiligen Geist empfangen. Du kannst diesen kostbaren, wunderbaren Heiligen Geist, der Jesus selbst ist, dein Geliebter in dir, du kannst ihn betrüben. Betest du das wirklich? Vers 31 Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Wisst ihr, Bitterkeit muss weg. Das ist Unvergebung. Das ist so ein kleiner Fuchs, der so viele Knospen kaputt frisst und verhindert, dass dein Leben fruchtbar ist, fruchtvoll ist, dass Frucht wächst, wenn da Unvergebung ist. und es ist so schwer manchmal zu vergeben, oder? Es kam jetzt gerade ein Film, ich weiß nicht, wer hat da auch schon darauf hingewiesen, Honecker und der Pastor. Wer es noch nicht gesehen hat, auf ZDF kann man sich das angucken, auch in der Mediathek noch. ist auf jeden Fall zu empfehlen. Bietet viel Stoff zum Nachdenken, auf jeden Fall. Und es beruht auf einer wahren Geschichte, nämlich auf der Geschichte von Pastor Holmer. Der Pastor war in einem Dorf, in einer Lebenseinrichtung in Lobetal, wo letztendlich hauptsächlich Behinderte, geistig Behinderte gelebt haben und er war ihr Pastor. Und er hat in der DDR viel Schikanen erlebt und seine Kinder konnten nicht Abitur machen und all diese ganzen Geschichten. Und dann war die Wendezeit und Honecker war sehr krank geworden, war im Krankenhaus gewesen und die Siedlung wurde aufgelöst, wo diese ganzen Bonzen da, die ganzen Parteibonzen gelebt haben. Und ihnen wurden Wohnungen vermittelt. Alle von diesen Bonzen haben Wohnungen vermittelt bekommen, haben dann Wohnungen gehabt und für Honeckers wurde auch eine Wohnung vermittelt, aber sie hatten Angst, in diese Wohnung zu gehen, weil sie Angst davor hatten, dass die ganzen Leute kommen werden und ja, was weiß ich mit ich mit anstellen werden. Und dann war dieser Pastor Holmer da und hat, es gab dann eine Anfrage, die haben dann die Kirche angefragt und Pastor Holmer hat dann gesagt, okay, ich nehme den auf mit seiner Frau hier. Und das ist eine ganz krasse Geschichte. Es gibt dann in dem Film auch so eine Szene, wo er im Fernsehstudio ist, Interview gibt und dann steht da eine junge Frau auf, die total verbittert ist, weil sie so schlimme Dinge erlebt hat, weil sie in so einer Umerziehungseinrichtung gewesen ist und so furchtbare Demütigung erlebt hat. Sie erzählt davon. Und Pastor Holmer sagt, und sie klagt ihn an und sagt, nur weil sie Pastor sind, können sie ihm das doch nicht vergeben. Und Pastor Holmer sagt, das habe ich ihm auch nicht vergeben. Ich habe ihm vergeben, was ich ihm zu vergeben hatte. Und er sagt, aber damit ihre Seele nicht bitter wird und dass sie ihr Leben lang von diesen Dingen beherrscht werden, wird es notwendig sein, dass sie auch vergeben. Vergeben hat ja zwei Seiten. Das eine ist, dass es demjenigen, der gesündigt hat, entlastet von Schuld. Es tut es aber erst dann, es greift erst dann, wenn dieser Mensch auch bereit ist, umzukehren, seine Sünde zu bekennen. Erst wenn wir Sünde erkennen und bekennen und davon umkehren, können wir überhaupt Vergebung erleben und erfahren. das heißt nicht, dass wir als Christen nicht Menschen schon vorher vergeben können und sollen. Jesus sagt, wenn du etwas gegen jemanden hast, während du betest und dir fällt ein, dass du etwas gegen jemanden hast, dann vergib. Wir beten das. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. das ist ein ganz zentraler Aspekt, den Jesus gelehrt hat, der für uns fundamental ist. Gottes Vergebung geht der Umkehr voraus. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, als wir noch nicht bereit waren, umzukehren. Und er will uns lehren, mit der gleichen Liebe Menschen zu lieben. Und das bedeutet, dass wir den Menschen schon vergeben bevor sie umgekehrt sind. Wie kann ich das machen? Nur dadurch, dass ich mich daran erinnere, dass Gott genau dasselbe mit mir gemacht hat. Er hat mir vergeben, bevor ich umgekehrt bin. Er ist für mich gestorben, als ich noch Sünder war. Das sagt er hier auch. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Bitterkeit ist ein ganz fieser Hund, ein ganz fieser Fuchs. Weil scheinbar hast du ja nichts falsch gemacht, sondern der andere, der dir Leid angetan hat. Er ist ja der Schuldige. Du bist ja nicht der Schuldige. Du bist ja das Opfer. Du leidest ja und das ist richtig. Ja und Gott hat mit dir gelitten und leidet mit dir. Er stellt sich zu denen, die Ungerechtigkeit erleiden und er wird sie segnen und herausholen aus allem Leid. Aber es gibt eine Versuchung für die, die Opfer sind. Das ist bitter zu werden. Nicht den Weg der Vergebung zu gehen. Und dann enden wir tatsächlich in der Sünde, Geschwister. Weil Bitterkeit und Vergebung ist letztendlich ähnlich verwandt mit dem, was ich eben über den Zorn gesagt habe. wenn ich diesen Weg der Vergebung nicht gehe mit Jesus, dann mache ich mich selbst zum Richter. Und wisst ihr, Vergebung ist ja nicht einfach zu sagen Schwamm drüber. Nein, Vergebung heißt, ich nehme das Opfer, was Christus gebracht hat für diesen Menschen an. Ich glaube, dass Christus für die Sünden aller Menschen gestorben ist. Das heißt, auch der Sünde, die an mir begangen wurde, nicht nur die ich begangen habe, manchen Menschen fällt das schon schwer zu glauben, dass die Sünde, die sie begangen haben, die schweren und schlimmen Sünden, dass Christus Opfer genügt am Kreuz. Aber Christus wurde hingerichtet am Kreuz für meine Sünde, aber auch für die Sünde meines Nächsten. Und daraus kann ich die Kraft ziehen. Kann ich diese, ja, es hat ja Gericht stattgefunden und Gott sagt, ich habe diese Sünde, die an dir begangen ist, ich lasse sie nicht einfach dahin gehen. Ich sage nicht, ja, war nicht so schlimm. Wenn wir vergeben, dann sagen wir nicht, es war nicht so schlimm, sondern wir sagen, es war so schlimm, dass Christus dafür sterben musste. Das sagen wir. Aber wenn wir nicht tun, wenn wir Christus nicht ehren darin, dass wir sagen, ja, du bist für die Sünde der ganzen Welt gestorben, auch für die Sünde, die an mir begangen wurde, dann machen wir uns zum Richter. Und das hat keine gute Auswirkung auf unser Leben. Wir werden bitter, wir werden hart und die Frucht der Liebe, die Frucht der Güte, der Freundlichkeit. Es wird alles zerfressen von Bitterkeit. Es scheint so ein kleiner Fuchs zu sein, aber wirkt so einen großen Schaden. Erste Petrus 2 muss es kurz halten jetzt, weil die Zeit ist gleich um. Ihr seid gleich erlöst. Petrus spricht auch von diesen kleinen Füchsen und er sagt, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Das will ich noch mal kurz festhalten. Alles üble Nachreden. Dieses Lästern hinterm Rücken von anderen. Ihr Schwestern, das darf in der Gemeinde nicht sein. Geht dagegen vor. In eurem eigenen Herzen und in der Beziehung mit anderen. Üble Nachrede ist ein kleiner Fuchs, der zerstörerisch wirkt in der Gemeinde. in jeder Beziehung. Wir wollen nicht die sein, die übel übereinander reden, sondern die, wenn sie irgendetwas sehen, was nicht gut ist, auf denjenigen zu. Was hat Jesus gesagt? Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm hin, persönlich, eins zu eins und weise ihn darauf hin. Rede nicht mit jemand anders drüber. Rede mit demjenigen, den es betrifft. Und wenn dein Bruder umkehrt, dann hast du deinen Bruder gewonnen und alles ist gut. Und dann red auch nicht hinterher noch mit anderen drüber. Wir sind nicht dazu da, um irgendwie hier schmutzige Wäsche zu waschen über all das, was wir voneinander wissen. Nur weil wir ins Licht gekommen sind. Wir wissen eine Menge übereinander. Wir wissen, was wir alles hier für Chaoten und fertige Leute sind und was wir alles für Mist gebaut haben. Aber wir sind nicht dazu da, um darüber zu tratschen und uns dann vielleicht hinterher besser zu fühlen, weil diese verkommenen Leute hier um uns herum Ich bin ja nicht so vollkommen verkommen Ich bin nicht so vollkommen richtig Jörg. Und Petrus sagt weiter Seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen unverfälschten Milch damit ihr durch sie wachst zur Rettung Schlachter übersetzt hier besser Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes damit du durch sie heranwachst Das Wort Gottes das hilft uns dabei dass wir diese Dinge bedenken beherzigen Das andere lasse ich jetzt alles weg Wie fangen wir diese Füchse Es ist eigentlich ganz schlicht und einfach Wir lassen es zu dass Gott uns diese Füchse zeigt Wir bekommen ein Gespür dafür wo sie sich versteckt halten unter welchen Büschen wenn wir durch den Weinberg gehen Wir lassen uns vom Geist leiten darin sie aufzufinden und sie dann einzusammeln einzufangen Wir machen es zusammen Lasst uns Fangt uns die Füchse Nicht wir alleine das ist nicht kein Einzelkämpfertum sondern wir machen es zusammen Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander dass ihr geheilt werdet dass ihr gerettet werdet wenn wir die Füchse erkannt haben in unserem Leben oder in unserer Gemeinschaft dann lass uns sie ins Licht bringen und vor Gott bringen sodass Reinigung und Vergebung und Umkehr geschieht das ist der Weg der Umkehr nicht dass du dich jetzt hinsetzt und denkst ja das hat mich jetzt angesprochen das will ich jetzt nicht mehr machen das sind gute Neujahrsvorsätze wisst ihr heute gefasst und morgen wieder gebrochen komm ins Licht damit bekenne deine Sünde komm gleich zum Gebet wenn dich was angesprochen hat sprich es aus vor deinem Bruder vor deiner Schwester und vor Gott vor allen Dingen und dann erlebe die Kraft der Vergebung und Gnade Gottes in deinem Leben dass er durch den Heiligen Geist dich befähigt durch Vergebung hier neu anzufangen diesen Füchsen kein Raum mehr zu geben in dem Weinberg Gottes in der Beziehung in unserer Beziehung zu ihm und untereinander in unserer Ehebeziehung auch Jesus wir danken dir für dein Wort und dass es uns hilft die Füchse zu erkennen die die fruchtbare Liebesbeziehung zu dir und ja unsere Liebesbeziehung auch untereinander zerstören will hilf du uns jetzt dass wir das Wort nicht nur hören sondern dass wir es auch tun Amen Amen